Dieter Donnerlunde wieder im Schnee, das Zweifel für Kraftfahrer überleben. Oh die Freunde, Dieter Donnerlunde im Donnerlunde, im gefährlichsten Job der Welt. Offroad Trucker, hat meinen Job gekündigt als Detektiv. Dieter Donnerlunde. Willkommen in Michigan. Vielen Dank für deine Beteiligung an den Bergungs- und Wartungsarbeiten nach der verheerenden Flut. Bei der Reparatur der eingestürzten Brücke benötigen wir sämtliche verfügbaren Hilfen. Es ist die einzige Verbindung zum anderen Ufer. Gelände deuten. Bei deinen Fahrten wirst du auf unterschiedliches Gelände treffen, darunter Straßen, Sand, Schlamm, Tiefen, Schlamm, Wasser, rutschige Felsen, Schnee und Eis. Nur die erfahrensten Fahrer mit gut ausgerüsteten Fahrzeugen können jedes Gelände meistern. Solltest du Zweifel haben, dann weiche die Gefahr lieber aus. Du hast deinen ersten Sattelzug entdeckt. Dieser Truck ist für den Einsatz auf befestigten Straßen vorgesehen und verfügt über eine Offroad-Option. Wenn du damit fährst, solltest du Sümpfe und Tiefenschlamm vermeiden. So, wir sind jetzt bereit, die Brücke zu reparieren. Dieser Truck verfügt über eine Ladefläche für Fracht. Jeder Truck oder Anhänger hat eine eigene Frachtkapazität, die in Slots berechnet werden. Dieser Truck kann zwei Frachtslots transportieren. Mission. Finde die Materialien für die Reparatur der Brücke benötigt und liefere sie zur Baustelle. Tja, so schnell würde ich gerne mal die Brücke auf der A1 sehen. Die Brücke macht Fortschritte, ist aber noch nicht ganz fertig. Damit sie beendet werden, muss ein weiteres Baumaterial zur Baustelle bringen. Die Lieferung wartet im östlichen Sägewerk auf dich. Mach dich auf der Kanne an Standort ausfindig und erkunde möglicherweise die Route. Und schon geht's weiter. Werkstatt entdeckt. Du hast deine erste Werkstatt entdeckt. Was du bisher gemeistert hast, bildet den Kern des Spiels. Regionen erkunden, Wachtürme entdecken, Aufträge erfüllen und Belohnungen zu erhalten, Werkstätten finden, um Fahrzeuge zu optimieren oder neue zu kaufen. Also, geh hinein. Wie geil ist das denn? So, ich guck mal. So. Lastengang. Winde anbringen. Jetzt geht's. Warum es gerade nicht ging, weiß ich nicht. Ich wähle mal den Windenpunkt. Und dann Attacke. Er soll Motor nicht starten. Ja, das sieht ganz gut aus, glaube ich. Das. Ja. Ich glaube. Ja, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Können wir ein bisschen ranziehen. Okay. Das sieht doch gut aus. Oder? Dieter Donnerlunte. Jetzt noch mit Rundumleuchte wäre noch schön. Er hat nicht mehr viel Sprit, ne? Oder Diesel. Komm schon, 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 komm schon. Das schaffen wir. Ja, ja, Entschuldigung. Bin gleich bei dir. So Machen wir erstmal Handbremse anziehen Und dann gucken wir uns die Missionen mal an So, versuchen ein Geländewagen Hey, es gibt Probleme auf der Farm Einige Trucks sind tief im Schlamm stecken geblieben Und wir brauchen starke Maschinen, die die rausholen Ja, die nehmen wir an Natürlich Attacke, würde ich sagen Alter Schwede Das Kraftwagenfahrer, motherfucker Das Kraftwagenfahrer Nein, nein, nein Damit endet die Reise von Dieter Donnerlund hier Wir kriegen den nicht Oh doch, doch Komm, 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 komm schon Oh Mann, fast Mist Sie fasst jetzt, jetzt, jetzt noch ein Stück Komm, komm schon noch ein Stück Dreh dich um, du Sau Er dreht sich nicht um, die Sau Ja, ja, ja Ehre So macht man das Dieter, du hast die Pulle aber wirklich verdient Ich hab mir richtig vorstellen Jetzt steigt das so aus So, oh Nach einem harten Arbeitstag Erstmal eine Kanne Mann, ist das dreckig Guckt euch das mal an Das ist ja richtig schmuddelig Ich glaube, ich sollte gleich mal durch die Waschstraße fahren Ich glaube, ich sollte gleich mal durch die Waschstraße fahren Ich glaube, ich sollte gleich mal durch die Waschstraße fahren Ich glaube, ich sollte gleich mal durch die Waschstraße fahren Ich glaube, ich sollte gleich mal durch die Waschstraße fahren Ich glaube, ich sollte gleich mal durch die Waschstraße fahren Ich glaube, ich sollte gleich mal durch die Waschstraße fahren Amen.